T-Time, der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Herzlich willkommen, hier ist T-Time, euer Lieblings-Golf-Podcast für die DACH-Region. Jetzt sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Ihr wisst, wie es ist, wenn man älter wird, im hohen Alter, wird es dann langsam schwierig, die Dinge am Laufen zu halten, die Dinge strukturell auch gut ins Ziel zu bringen. Und so ist es einfach passiert, dass ein gewisser Stefan Jäger in Amerika auf der USPGA-Tour gewinnt, wie eine kleine Sonderfolge produzieren müssen. Und dann feiern wir heute eben nicht die 250. Folge, sondern zelebrieren mit einem Feuerwerk und den Wiener Philharmonikern Folge 251. Und weil wir uns alle so sehr gefreut haben, hat Bernd Ritthammer erst mal das Land verlassen, ist nach Polen, um dort mit den polnischen Fans heute Abend eine geheime Feier zur 250. und 251. Folge abzuhalten. Aber Florian Fritsch und ich haben gesagt, wir wollen hierbleiben, wir wollen mit euch den Kuchen teilen, wir wollen mit euch da draußen die Kerzen auspusten, wir wollen mit euch da draußen feiern. Auch wenn das jetzt im Podcast schwierig ist, dass wir den jetzt zu diesem Zeitpunkt auftobenden Applaus in der DACH-Region hören können. Wir spüren ihn und sagen Danke. Herzlichen Glückwunsch, Flo, zu 251 Folgen. Also ich möchte mich bei den Green Keepern bedanken, bei den Tontechnikern und... Können wir das vielleicht mit der Folge 251 auch mal ganz kurz besprechen? Warum sind diese Bruttoreden immer nach demselben beschissenen, langweiligen Schema aufgebaut? Warum? Ja, natürlich haben die Green Keeper einen super Job gemacht und natürlich hat auch das Restaurant, weil es verdammt nochmal sein Job ist, wahrscheinlich auch was zu essen gemacht. Aber warum, also... Ja, man sagt... Naja, also es ist halt safe, es ist halt safe. Also dann hast du alle dabei, die dazu beigetragen haben. Ja, toll. Dann hast du wahrscheinlich noch, keine Ahnung, Gott und... Ballautomat, Rasenmäher. Dann hast du quasi allen gedankt und damit ausgedrückt, dass natürlich dein Erfolg nicht nur auf deiner eigenen Arbeit beruht, sondern alle haben dazu beigetragen. Selbst in einer Einzelsportart gibt es ein Teamgefühl, ein Teamgefüge, wo alle ihren Teil dazu beitragen, dass jeder erfolgreich ist in seiner eigenen Welt. Ich überlege immer, wenn ich dann höre, danke an das Green Keeper Team, derjenige, diejenige, die dann da diese laute Rede hält, könnte aus dem Clubhaus in der Regel rauslaufen. Dann würden alle Green Keeper nacheinander zufällig der Person entgegenlaufen und sie wird sie nie erkennen. Das heißt, dieses persönliche Danke wird es nie geben. Das ist wahrscheinlich richtig. Aber weißt du, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe? Vor allem bei Turnieren gibt es ja manchmal immer so Geschlechterkategorien. So Geschlechter, richtig. Also damals noch zwei mit Herren und Damen. Und meistens muss ja eigentlich nur der Herr die Bruttorede halten. Und ich fand das ein bisschen doof und habe deswegen irgendwann mal, als ich dann angesetzt habe zu meiner Bruttorede bei dem ein oder anderen Turnierchen, das ich dann gespielt habe, habe ich dann gesagt, so und ich möchte jetzt nicht die Bruttorede halten, sondern ich gebe es gerne weiter an die Siegerin des heutigen Tages und habe dann die Dame die Bruttorede halten lassen. Dann hast du die einfach mal vorgeschuckt auf die Bühne. Ja. Cool. Ohne Vorwarnung. Einfach mal rüber das Mikrofon. Aber ich finde auch da, natürlich ist es nicht jedermanns Sache. Das muss man auch mal dazu sagen. Und das ist auch immer vielleicht auch ein komischer Moment. Aber so richtig freuen tut sich doch da auch keiner. Das ist immer so eine saulangweilige, steife Dankesrede. Und du merkst bei dieser Dankesrede überhaupt nicht, dass die Person gerade die Bruttowertung von mir aus gewonnen hat. Also dieses, ich freue mich riesig, sagt da keiner, sondern in dem Moment werden alle, die vorher auf der Clubterrasse lautstark erzählt haben, wie geil sie heute wieder waren, werden so richtig, also jeder Banker hat mehr Entertainment im Blut als die Person, die da eine Bruttorede halten muss oder will. Ja, wie würdest du denn eine Bruttorede halten? Okay, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes. Vielleicht, was weiß denn ich, aber nicht dieses, danke an die Küche, da ist noch in der Regel noch gar nichts gekommen, danke an die Greenkeeper. Ja, das ist wichtig. Ich will jetzt auch damit nicht sagen, dass man sich bei denen nicht bedanken soll. Aber warum ist das so? Das ist so ein Standardkack geworden irgendwie. Das ist vor 20 Jahren schon so gewesen. Und wir machen es heute immer noch. Ja, aber sag doch mal wirklich, wie würde, also mehr... Vielleicht würde ich einen ausgeben oder so. Mal was ganz anderes machen. Jeder kriegt jetzt hier mal schön einen Sprudel. Und weil ich's bin noch mit Zitronenscheibchen oben rein. Genau. Kalorien reduziert, Freunde. Jetzt geht's los. Aber die zahlt dann jeder. Das Wasser übernimmst du, aber dann die Zitrone muss dann jeder selber aufpreis. Ja, ich weiß nicht, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie groß der Man's Day ist. Oder ob es gerade die Clubmeisterschaft war, die ich sowieso nie in meinem Leben gewinnen werde. Aber du weißt, was ich meine. Irgendwas, was vielleicht auch mal lustig ist oder anders ist. Siegerquiz. Oder den Greenkeeper dann mal einen Kasten Bier zahlen. Das wäre doch mal lustig. Quasi, dass es als Bruttopreis einen Kasten Bier für die Greenkeeper gibt. Oder zwei. Oder zwei. Das ist ja unterschiedlich. In St. Leon Roth musst du wahrscheinlich einen LKW fahren, weil da ja jeden Tag 1500 Greenkeeper pro Loch unterwegs sind. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man sich bei denen immer bedankt, dann kann man sich doch auch mal richtig bedanken. Ja, das stimmt. Oder anders bedanken. Oder heute koche ich, die Küche hat frei. Heute gibt's Spaghetti Bolo. Alle mal raus hier. Tea Time. Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, ich atme. Der Golf-Podcast. Genug gefeiert, kommen wir zu den harten Fakten der Woche. Es ist eine besondere Woche im Golf, das wohl, ist es das bekannteste Turnier, das auch von den Zuschauerzahlen größte, was es gibt, das spektakulärste, das auf jeden Fall das farbenträchtigste, wenn man sich's anguckt. Es ist Masters Week. Es ist Augusta 2024. Darüber müssen wir natürlich heute sprechen, aber wir müssen auch kurz mal die Aktualität reinholen. Heute haben wir gelesen, wir nehmen auf, am 8. April, es ist kurz nach 6 Uhr abends, Martin Keimer freut sich wie ein Schnitzel, denn er hat heute angekündigt, dass er bei den BMW International Open in München-Eichenried wie selbstverständlich auftien wird. Hä? Hä? Ja, das, äh, hört sich. Ich hab Fragen. Ich hab Fragen. Wat machen des Scheichs? Wat ist hier los? Wie kann sowas sein, ne? Wat ist denn dat jetzt hier, kann da jetzt jeder wieder machen, wie er will? Oder wat ist denn jetzt hier mit diesem, ist dat jetzt hier, ist dat jetzt hier, ist dat ein Überläufer? Oder, ist dat jetzt egal? Also grundsätzlich muss man ja sagen, es ist ja eigentlich cool, es ist ja eigentlich cool, dass wir eventuell, sollte er sich, sollte er, sag ich mal, sich schnell genug erholen, hätten wir dann Bernhard Lange und Martin Keimer da. Ja. Also das wäre natürlich geil und Martin Keimer ist der einzige Deutsche, der jemals die BMW International Open gewinnen konnte. Bernhard Lange bastelt gerade an seinem Comeback und sagt auch, dass er zuversichtlich ist, dass er tatsächlich es bis Eichenried schafft. Wäre überragend, möchte sich mit dem Turnier dann von der DP World Tour verabschieden, auf der er ja immer noch als Spieler gelistet ist. Auch Stefan Jäger übrigens, der letzte Woche in Amerika sensationell gewonnen hat, überlegt, je nachdem, wie es halt in der Saison so läuft, eventuell auch nach München zu kommen. Das gleiche macht Marcel Siem auch, habe ich gelesen. Der Rest von unseren deutschen Hoffnungsträgern ist bereits bestätigt. Also Nick Bachem, auch Alex Chaker kommt, Max Kiefer, Hurley Long. Dann lustig, Jeremy und Yannick Paul, beide kommen nach München. Matti Schmidt kommt nach München, Marcel Schneider kommt nach München, Freddy Schott kommt nach München. Also das Feld ist schon mal sensationell gut besetzt. Wo ist eigentlich der Adel? Der ist doch auch da. Also die sind ja aktuell, also wenn man dem auf Inselgram verfolgt, verfolgt. Auf Inselgram? Ist das was Neues? Genau, wenn man dem auf Inselgram folgt. Inselgram. Das werde ich gar nicht wissen, was das am Ende ist. Jetzt die Rügen-Themen-Woche auf Inselgram. Florian Fritsch presents. Nee, aber er ist gerade auf einer ganz anderen Seite unterwegs. Er ist nicht auf irgendwelchen Inseln unterwegs, sondern irgendwo in den Bergen und zockt da ein bisschen Golf. Bereitet sich vor auf die anstehenden Turniere. Da ist aktuell der Adel. Hat eine stark genügende Kategorie, auf jeden Fall mitzuspielen. Mhm. Also ich denke schon, dass er quasi so ein deutsches Teilnehmerfeld von ungefähr 42, 45 Spielern da komplementieren wird. Wir haben eine Frage bekommen. Man kann uns ja direkt über Spotify, das wusste ich gar nicht, man kann direkt auf Spotify uns eine Frage schicken. Ich habe da mal reingeguckt und zack, kamen mehrere Fragen zu Baba Watson. Was ist mit Baba Watson? Naja, der ist jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen älter. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr überall rumspringen, wie es mal früher der Fall war. Naja, das ist richtig. Wobei ich ehrlich, ich muss gestehen, ich bin manchmal geschockt, wie alt die inzwischen sind. Also ich habe irgendwie noch so das Gefühl, Baba Watson müsste so Mitte, Anfang 30 sein. Aber inzwischen ist der ja auch ein bisschen älter. Ja. Aber was der gerade macht, kann ich dir echt nicht sagen. Also das sind ja schon so ein paar, die gefühlt von der Bildfläche verschwunden sind. Baba Watson ist übrigens ein Jahr älter als ich, sprich 45. Ja, das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht. Aber wenn die jetzt so auf der Lift-Tour spielen, dann gehen ja schon einige verloren, muss ich sagen. Also so von der medialen Aufmerksamkeit. Das finde ich schon krass. Also wie krass dieser Unterschied ist, auch John Rahm zum Beispiel. Letztes Jahr noch quasi jeder Post, jeder Zweite. Du hast immer mitgekriegt, was ist los, was geht ab. Und seitdem der auf der Lift-Tour ist, hier und da auch mal, weil er halt so ein Superstar ist. Aber du kriegst auch von Sergio Garcia nichts mehr mit. Auch Martin Keimer, wenn wir ehrlich sind. Und ich registriere fast nichts mehr von diesem Superstar der deutschen Golf-Szene. Also es ist schon krass, dass das wie das medial so abkippt. Wobei, gute Brücke eigentlich. Natürlich, in Amerika ist ja letzte Woche so ein bisschen die Schockstarre bei der PGA Tour hochgekommen. Angeblich, ich habe es noch nicht ganz genau nachgelesen, 20% Quoteneinbruch bei den Amerikanern beim Golf. Also dass die viel weniger Bock haben, Golf im Fernsehen zu gucken. Und zwar richtig viel weniger Bock haben. Also 20% Quoteneinbruch ist ja schon krass. Also das ist schon viel. Da scheint man auch gerade mal überlegen zu müssen, was ist denn hier eigentlich passiert? Ja, das ist eine harte Nummer. Also 20% mal eben zu verlieren, ist natürlich echt nichts. Und gerade jetzt, wo die Saison eigentlich losgegangen ist, auf den Hinblick zu den Masters, die jetzt dann diese Woche stattfinden, würde man eigentlich denken, dass gerade in den letzten Wochen wahrscheinlich mehr Leute zuschauen, um zu gucken, kommt der noch unter die Top 50 oder gewinnt der noch, so wie jetzt Akshay Batia bei der Valero Texas Open. Aber anscheinend geht es irgendwie komplett in die falsche Richtung. Aber was war das denn für ein Finish, bitte? Batia kugelt sich an der 18 die Schulter aus beim Jubeln, dass er den Putt gelocht hat zum Stechen und gewinnt dann das Stechen doch noch. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Der hatte ja einen haushohen Vorsprung eigentlich noch auf der 12, glaube ich. Genau, und dann hat Danny McCarthy gemeint, okay, so alleine lassen wir den jetzt da mal nicht davonlaufen. Ich finische mal mit ein paar Birdies, zockt neun unter, geht damit ins Stechen und dann, weißt du, es fühlt sich halt bescheuert. Dann hat er ein Zilichgeschlag gemacht. Dann hat er richtig schön gemacht. Ja, also ihn jetzt, sag ich mal, sich jetzt über ihn lustig zu machen, ist natürlich ein bisschen doof. Ich meine, was hat er gemacht? Er hat aus 90 Metern einen Wedgeschlag ins Wasser gesetzt. Ja, wo du eigentlich sehr denkst, wo du halt echt denkst, mein Gott, einen Wedgeschlag. Ja, also wenn du ein Dreieisen rechts neben das Grün ins Aus haust, wenn du ein Fünfeisen links neben das Grün ins Wasser haust, wenn du ein Sechseisen bei Wind irgendwie hinten drüber haust ins Raff, da würde jeder sagen, okay, gar kein Stress. Aber ein Wedgeschlag ins Wasser ist halt einfach, gefühlt nach diesem Finish, ja, nach dieser Qualität, die er an den Tag gelegt hat, über die kompletten Löcher ist, das ist so, also ich hatte so das Gefühl, mein Gott, so kann es jetzt nicht enden, komm, leg dir nochmal einen Ball hin und mach den nochmal. Also das ist so etwas ganz einfach. Mulligan wäre auch eine geile Nummer gewesen. Mulligan, träg ich deine Schulter wieder eingekugelt, ich hätte gerne einen Mulligan. Aber auch mit der Schulter auskugeln. Oder wir denken da an Scotty Schäffler, als er da mit dem Nacken da zu tun hatte bei der Players. Irgendwie scheint es jetzt neue Mode zu sein. Also irgendwie will jetzt jeder nicht nur Turniere gewinnen, sondern auch Verletztturniere gewinnen. Tea Time. Der Golf-Podcast. Wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, es wäre vielleicht für den einen oder anderen mal lustig, in unseren Chatverlauf unserer Tea Time Gruppe mal so ein bisschen reinzugrooven. Und Thema, wann nehmen wir die nächste Folge auf, ist natürlich jede Woche ein Thema. Eigentlich ist gesetzt, Montagmorgen 8.30 Uhr. Das haben wir mal festgezurrt. Dann können wir über das Wochenende, was hinter uns liegt, sprechen. Wir können schon mal ein bisschen fürs nächste Turnier gucken, was ist los, sodass wir da nichts verpassen und so und dass wir euch auch alles erzählen können. Aber manchmal gibt es halt so Momente, wo wir diesen Termin verschieben müssen. Und dieses Mal war ich schuld. Aber es gab einen Grund. Aber dieser Grund, der kommt garantiert eigentlich nur ein, zwei Mal im Schaltjahr vor. Und so hat sich das dann zugetragen. Zille, du bist für mich da der absolute Experte. Also insofern, alles, was du da machst, ist für mich vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Und KI, damit werde ich mich jetzt auch etwas mehr auseinandersetzen müssen. Ich glaube, auch Trainingsplanung über KI wird es irgendwann mal kommen. Also insofern, no problem, do it. Wegen Montag, also ich wäre am Start. Also Montag, 8.30 Uhr, same, same as usual. Könnt ihr da machen. Ja, toll, super. Nur, die Frage war Montagabend. Weil jetzt wird es ganz verrückt festhalten, anschnallen, Airbags jetzt schon mal freiwillig aus dem Lenkrad rausklappen. Ich habe eine Startzeit am Montag um 7.45 Uhr. Ist der verrückt oder was? Ja, ist er. Tschüss. Junge, wie soll denn das denn funktionieren? Startzeit um 7.45 Uhr. Ich hoffe, ich habe einen Simulator, da könnt ihr nicht so viele Bälle verlieren. Geil. Guter Gag. Könnte so ein Hammerwitz sein. Ey, Montagabend dürfte gehen. Ich müsste jetzt nochmal auf den Kalender schauen. Aber zu 99 Prozent wird es gehen. Ich weiß, geile Aussage. Ich melde mich gleich nochmal. Tschüss. Also, dann hast du in der gleichen Minute schon geschrieben, dass es funzt. Wunderbar. Also konnte ich heute Morgen tatsächlich zur Feier des Tages golfen gehen. GC Neckartal, Pattonville, eine ehemalige amerikanische, ein Armeestützpunkt bei Ludwigsburg. Und ich muss sagen, es war überragend. Also der Platz ist schön. Es ist wirklich geil. Gehe ich wieder hin. Also ich war noch nie dort, aber ich habe bei mir in der Nähe auch einen ähnlichen Golfplatz. So auf das Heim. Rheintal, Golfclub Rheintal, da wurde auch von den Amerikanern aufgeschüttet und gebaut. Da sind manchmal schon etwas lustigere Golfbahnen dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie du sie so empfunden hast. Aber ich kann mir vorstellen, als die Amerikaner damals diese Golfplätze gebaut haben, die werden dann nicht so viel mit irgendwelchen Auflagen zu tun gehabt haben. Die haben halt dann einfach so einen Golfplatz gebaut. Und wenn man dann auch die Maschinerie und das Personal hat, dann kann man da auch was Cooles bauen. Meistens sind ja die amerikanischen Plätze auch etwas, wenn ich jetzt denke, okay, der wird jetzt bei dir auch ein bisschen älter sein. Gehe ich mal davon aus, das ist garantiert kein Platz, der erst vor sieben Jahren gebaut wurde, sondern der ist garantiert ein paar Jahrzehnte älter, oder? Dieses Jahr große Jubiläums-Sause, 50 Jahre GC Neckartal. Dann haben sie da einen guten Golfplatz hingebastelt. Nicht irgendwie so das, was wir kennen aus dieser Zeit von damals. Ich finde so deutsche Golfplätze, die so alt sind, die sind in der Regel auch immer so nach dem gleichen Schema aufgebaut. Ein paar vier, 347 Meter, ein Fairway-Bunker auf der linken Seite, ein plattes, breites Grün mit dem gleichen Radius von der Mitte des Grüns ausgemessen, mit einem Bunker vorne rechts und das war's. Nee, also Neckartal hat da schon ein bisschen mehr Bunker zu bieten und auch schöne Bahnen, die so, also jetzt nicht irgendwie hügelig ohne Ende, das gibt Ludwigsburg auch ehrlicherweise nicht so her, aber du siehst auch keine andere Bahn, viele Bäume, so wie ich es liebe, so. Und an der Stelle kann ich auch schon wieder verraten, wer also in den nächsten Tagen im GC Neckartal mal ein bisschen rechts und ein bisschen links durch die Wälder streifelt, wird den ein oder anderen T-Time-Logo-Ball finden können. Denn natürlich bewege ich mich im Bereich der aktiven Streuwerbung. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. So, aber ich wollte damit sagen, ich habe jetzt tatsächlich mal... Na, lass es schon, lassen wir es mal fünf sein. Na, warte mal. Nee, den haben wir wiedergefunden. Zwei, andere, drei. Ja, doch, also vier oder fünf Bälle sind schon vier. Vier Bälle sind, glaube ich, weg. Vier. Den Rest, die anderen haben wir tatsächlich wiedergefunden. Eher auf den ersten oder auf den zweiten neun oder schön gemischt? Schön gemischt natürlich. Wobei, die zweiten neun waren ein bisschen besser. Also, ich habe auch ein paar ganz gute Bälle gehauen. Aber so für den Start meiner Saison war das jetzt nicht so schlecht. Das war okay, darauf lässt sich aufbauen. Und es war lustig, es war schön, es war einfach acht Uhr morgens herrlich. Auch so diese Begebenheiten, wenn die älteren Klubmitglieder dann von hinten so ein bisschen drücken, weißt du? Dann sind die schon sauer, dass du dir da so ein bisschen, dass dann drei Männer auch noch so früh ihre normale Runde da irgendwie stören. Und dann drücken die so ein bisschen von hinten und dann lässt du sie durchspielen. Und dann kommst du, oh, das ist aber nett, freundlich, huhu. Aber du hast eigentlich die letzten Loch schon gesehen, dass die einfach sowas von ungeduldig hinten aufs Gaspedal gedrückt haben. Und das eine ganz beschissene Situation fanden, dass wir ausgerechnet da jetzt da rumeiern. Wobei wir ja gar nicht geeiert haben. Also ich war tatsächlich da jetzt hier und da mal rechts und links unterwegs, aber ich bin ja auch kein großer Fan von Suchen. Deswegen so lange haben wir gar nicht gesucht oder irgendwie aufgehalten. Das ist schon witzig, so diese Begebenheiten. So früh auf dem Golfplatz. Ich selbst habe schon ewig nicht mehr um diese Uhrzeit Golf gespielt. Deswegen war das sehr interessant, wer dann da so unterwegs ist und von hinten anfängt, Lichthupe zu geben, dass man mal langsam durchspielen lassen sollte. So, jetzt müssen wir aber mal kurz uns alle wieder mal ins Boot holen. Und natürlich ist es wieder soweit. Natürlich ist es nicht nur die Woche der angemalten Bäume, der schönsten Wiesen, die man im Golffernsehen sehen kann, rein farblich gesehen. Es ist auch wieder die Woche, wo man wirklich, mir geht es so und wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, es geht vielen so, wo man so nach dem zweiten Tag der Übertragung im Fernsehen diese Scheißmusik einfach nicht mehr hören kann. Und deswegen muss es auch bei uns im Podcast passieren. Also wenn die zum ersten Mal kommt, kriege ich ein bisschen Gänsehaut und dann steigt aber schon der Stresslevel. Das Stresslevel. Irgendwann, das kommt ja immer, wenn das Leaderboard eingeblendet wird. Ja, irgendwann mal kannst du es nicht mehr hören, ne? Also für mich ist so Masters, also vorhin hast du ja so die Frage aufgestellt, was ist so das Besondere, was sind so die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Majors, die man da haben, ne? Also für mich ist so Masters ein sportliches Event beim Spaziergang im Park. Also so perfekt, wie das Ding da hergerichtet ist, dann ist es ja eigentlich wie so ein Spaziergang durch den Park und da passt ja auch die Musik dazu. Fehlt nur noch, dass irgendwo so ein Bänkchen ist, wo man sich hinsetzt und irgendwelchen Vögeln auf dem Wasser irgendwie zuschaut, wie die da so rumschwimmen und ihr Ding da so zu machen. Wie man dann so Lilien zuschaut oder anderen Wasserrosen, wie sie dann an der 13 und an der 12 so durch diesen Bach da, ne? Also das ist, daran muss ich, also das ist so, was ich im Kopf habe, wenn ich an die Masters und Augusta denke, ja? Das krasse Gegenteil dazu wäre für mich zum Beispiel die Open Championship. Open Championship ist irgendwie so Kampf gegen die Natur. Ja gut, da ist so ein bisschen anderes Gelände. Krasser Golfplatz. Anderes Wetter. Genau. Wobei, letztes Jahr sind in Augusta die Bäume umgefallen, erinnerst du dich? Da ist zum Glück keiner ums Leben gekommen. Oh, das war krass. Da war doch eben so ein Sturm und dann sind diese Bäume. Das stimmt, ja. Die ja angeblich auch für die Fernsehübertragung hier und da ein bisschen vermehrt werden, damit das da schön aussieht. Und die Wiese wird wohl auch ein bisschen angemalt, damit das hier und da schön aussieht. Also so cool ist das vielleicht, wenn man genauer hingucken dürfte. Auch nicht immer so. Also man hört ja immer mal wieder, dass für die Fernsehbilder wird da schon viel getan, damit die Rosen auch richtig von der Farbe her in High Definition 4K, schieß mich tot, noch besser rüberkommen. Und da wird angeblich, ich möchte es nicht so anders sagen, wird da auch mit diversen Hilfsmitteln nachgeholfen. Aber wer genau jetzt in den nächsten Tagen Fernsehen guckt, wird es sehen. Also das sind ja Farben, die eigentlich nicht ganz natürlich, also schon, das ist schon irgendwo natürlich, aber nicht alles. Und dass die Bäume, diese einzelnen Bäume da so easy peasy umgefallen sind und andere sind stehen geblieben. Und da gibt es auch Gerüchte, dass man da gesagt hat, da muss mal ein Baum hin. Und warum ist der dann nicht so tief verwurzelt wie man? Ich möchte es ja, ist egal jetzt. Wir haben ChatGPT, unsere neue Freundin, gefragt. Hey, was ist denn bitte, Augusta, was ist bitte da bei den Masters eigentlich so das Geile, das Coole? Was sagt uns die KI, was sagt ChatGPT, wenn man fragt, hey, erzähl mir doch mal die Besonderheiten des Golfturniers The Masters in Augusta. Was macht es so außergewöhnlich? Gibt es spezielle oder besondere Regeln für Zuschauer etc. pp. Das kommt raus, wenn man ChatGPT fragt, was ist in Augusta das Geile? Das Masters-Turnier in Augusta ist eines der vier Major Championships im professionellen Golfsport und hat eine Reihe von Besonderheiten, die es von anderen Turnieren unterscheiden. Hier sind einige der markantesten Aspekte. Erst Ort und Tradition. Das Masters findet jährlich im Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia statt. Der Club wurde 1933 eröffnet und das Turnier wird seit 1934 ausgetragen. Der Kurs ist berühmt für seine makellose Schönheit und seinen einzigartigen Charakter. Zweit. Einladungsturnier. Das Masters ist ein Einladungsturnier, was bedeutet, dass die Teilnehmerfelder im Vergleich zu anderen Major-Turnieren kleiner sind. Die Auswahlkriterien sind streng und eine Einladung zu erhalten gilt als große Ehre. Drei. Grünes Jackett. Der Gewinner des Masters erhält ein grünes Jackett, das als Symbol für seinen Sieg und seine Mitgliedschaft im Augusta National Golf Club steht. Dies ist eine Tradition, die seit 1949 besteht. Vier Amon Corner. Die Löcher elf, zwölf und dreizehn bilden eine berühmte Passage auf dem Kurs, bekannt als Amon Corner. Diese Löcher sind besonders herausfordernd und oft entscheidend für den Ausgang des Turniers. Am Mittwoch vor dem offiziellen Start des Masters findet der Par-3-Wettbewerb statt. Ein lockerer Event, bei dem Familienmitglieder der Spieler oft als Caddies fungieren. Dieses Event ist bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen beliebt. Das Masters ist auch bekannt für seine limitierte kommerzielle Unterbrechung während der Fernsehübertragungen, was für die Zuschauer ein angenehmeres Seherlebnis schafft. Regeln für Zuschauer. Das Masters ist ebenfalls bekannt für seine strikten Regeln und Traditionen in Bezug auf das Verhalten und die Etikette der Zuschauer. Keine Mobiltelefone. Die Mitnahme von Mobiltelefonen auf das Turniergelände ist strengstens untersagt. Keine Laufschreie. Zuschauer werden ermutigt, Spieler zu applaudieren, aber Laufschreie nach Schlägen, wie sie bei anderen Turnieren üblich sein können, sind verpönt. Keine Autogramme. Das Sammeln von Autogrammen ist nur außerhalb der Wettkampfbereiche und nur zu bestimmten Zeiten erlaubt. Bekleidung. Es wird erwartet, dass sich Zuschauer angemessen kleiden. Diese Elemente zusammen, die Tradition, der Ort, die speziellen Rituale und Regeln, tragen dazu bei, dass das Masters als einzigartiges Ereignis im Golfsport gilt. Also ein paar Sachen müssen wir an der Aussprache noch ein bisschen verbessern, aber da ist ein bisschen was dran. Also was war das vorhin nochmal? Laufschreie. Laufschreie oder irgend sowas? Ja, was weiß ich, was die KI unter Laufschreie. Aber es stimmt, wenn du bei anderen Turnieren mal genau hinguckst, wenn die Jungs draufdreschen, dann schreien die Amis ja gerne direkt los. In the hole! Und so ein Quatsch. Das passiert beim Masters nicht. Ja. Nee, das ist richtig. Und dort darf auch nicht gerannt werden. Die müssen alle gehen. Und tatsächlich ist das ja auch. Und es sind auch keine Zuschauer, es sind Patrons. Ja, und man muss wirklich mal sagen, in Social Media ist da nicht viel los, wenn Masters ist, weil alle Zuschauer einfach kein Handy dabei haben. Es postet keiner, hey, geil, hier Selfie, ich stehe aim in corner an der Elf. Das gibt es nicht, weil die Leute ihr Handy abgenommen bekommen oder ausmachen müssen zumindest. Und wenn du erwischt wirst, dann darfst du nie wieder diese Wiese betreten. Dann bist du raus. Und zwar für immer. Und das ist schon geil. Also das haben sie schon hinbekommen. Und dadurch ist das so eine Marke, die sich selber ja auch schützt. Also soweit ich das auch verstanden habe, kriegen die Masters auch ihre eigenen Fernsehgelder. Die produzieren den ganzen Quatsch selber, also verdienen damit ein Schweinegeld, weil jeder Fernsehsender, der das Masters zeigen will, Millionen hinblättern muss für die Rechte. Und das geht aber in dem Fall dann nicht irgendwie an die Tour oder so, sondern das vermarktet Augusta alles alleine. Und deswegen können die das machen. Die können dann sagen, hier, Freunde, Handy aus, nix telefonieren, kein WhatsApp, kein Foto, kein Instagram, kein Inselgram, gar nichts. Kein Facebook, StudiVZ, du kannst es vergessen. Deswegen gibt es von niemandem ein Selfie, wie im Hintergrund Rory McIlroy das Part 3 angreift. Das gibt es nicht. Geil. Oder nicht geil? Ja, aber bei all den Sachen, die du aufgezählt hast, ne, hast du recht, aber bei all den Sachen, die du aufgezählt hast, müssen wir auch wiederum sagen, ich habe vor ein paar Tagen die Preisliste für Essen oder Getränke gesehen, die dann an die Patrons dort verkauft werden. Und da muss ich sagen, da haben sie wahrscheinlich das Geld genutzt, oder zumindest ein Teil von dem Geld, um da den Zuschauern oder den Patrons das wieder zugute kommen zu lassen. Also da wird so ein Hotdog für, lass mich lügen, 2,50 Dollar verkauft, eine Wasserflasche für einen Dollar oder einen Dollar 50. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So ein Pimento-Cheese-Sandwich, ja, das ist auch nicht mehr als 4 oder 5 Dollar. Also da muss man schon sagen, da tun sie schon ein bisschen was für die Leute, die dann da rumlaufen, auch wenn sie sich an sehr strikte Regeln halten müssen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so Wimbledon-Style, hier Erdbeeren mit ein bisschen Sahne. Was kostet es mittlerweile, 15 Pfund oder so? Nee, 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 so ist es nicht. Das ist dann vollkommen in Ordnung, genau. Aber halt die Regeln sind halt echt krass, ne? Und da musst du dich wirklich dran halten. Also ich weiß, mein Kollege Flo Bauer, der war ja letztes Jahr vor Ort für Sky und hat da vor allem versucht, mit dem Sepp Stracker viel zu reden. Und der hatte dann auch erzählt, dass der kriegt einen ganz genauen Slot, der kriegt einen ganz genauen Ort und die Kamera darf auch nur in eine ganz genaue Richtung aufnehmen. Also das ist nicht irgendwie so, ich gehe aufs Pattinggrün, Dreivingerin, schon macht er irgendwas, sondern das ist schon sehr klar geregelt, wie da alles abläuft, ne? Ja, und tatsächlich hat er ja auch erzählt, ich glaube, das hat er bei uns sogar im Podcast erzählt, dass dadurch, dass eben diese ganze Geschichte da extrem abgeschirmt wird, wenn er jetzt zum Beispiel mit der Regie in München mal eben kurz telefonieren will, dann muss er wiederum an den Ort gehen, wo er telefonieren darf, also wo er sein Handy anmachen darf, um in München in der Regie anzurufen und zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt gleich die und die Geschichte mit Sepp Stracker am Pattinggrün oder so, aber er darf es nicht am Pattinggrün der Regie in München mitteilen, weil da darf er einfach nicht telefonieren. Und wenn er das tut, dann geht es richtig auf die Nase. Also es ist hier und da ein bisschen, finde ich, überreguliert, aber es macht es dann auch wiederum wahrscheinlich über den Weg ebenfalls besonders. Und für uns, aus deutscher Sicht, macht es das dieses Jahr wiederum nochmal besonderer, denn wir haben endlich mal wieder einen Deutschen im Feld, nachdem ja Bernhard Langer leider nicht teilnehmen kann aufgrund seiner Verletzung, ist dann halt Stefan Jäger jetzt mal reingesprungen und freut sich wie ein Schnitzel, dass er da jetzt zum allerersten Mal in Augusta auftehen darf. Das ist bestimmt ein Erlebnis, du lieber Himmel. Geil, paar Dreikontests mit der Family und so. Das ist schon eine sehr besondere Woche. Also du wohnst ja dann eigentlich auch im Haus mit, da gibt es ja eigentlich weniger ein Hotel, wo du als Spieler drin wohnst, sondern du wohnst ja da eher in Häuser, die du dir anmietest. Martin Keimer hat ja auch immer mal wieder mit Spielern zusammen gewohnt. Die haben sich dann einen eigenen Koch da geholt. Der hat dann auch für die eingekauft und dann gekocht jeden Tag. Das ist ja dann wirklich so eine Kleinfamilie, die da anreist und einfach eine besondere Woche. Und sorry, das ist nicht irgendwie böse gemeint, aber so kommt mir halt einfach Augusta vor, um halt dann am Ende vier Tage lang durch den wunderschönen Park in Augusta zu spazieren und Golf zu spielen. Wenn wir uns jetzt mal in Stefan Jäger reinversetzen, das ist ja dann schon jetzt nochmal eine andere Nummer. Also das ist ja jetzt nicht, wenn du in diesem Tross unterwegs bist und du jetzt so wie er nicht schlecht spielst, aber jetzt auch nicht so jede Woche quasi in den Top Ten zu Hause bist, sodass du dieses ganz große High Level jede Woche irgendwie hast und dann dementsprechend ja auch von den Medien behandelt wirst und keine Ahnung was. Jetzt hast du das Ticket gezogen. Wie steht der an der Eins an Tag Eins? Also ist das dann Business as usual plötzlich, weil du dann im Tunnel bist und dann sagst, alles klar, ist mir jetzt völlig wurscht, was das hier ist, aber das ist doch jetzt Augusta. Das ist doch jetzt schon nochmal was, wo du weißt, okay, jetzt bin ich im Olymp angekommen. Wer in Augusta auftienen darf, ist ein Held in diesem Sport, muss man ja so sagen. Diese ganze Tradition, alles, was dazugehört. Das ist das Ding irgendwie neben den Großen, es ist ein Major. So, geht der Stefan da jetzt ganz entspannt ran? Was glaubst du, wie hat der Puls, ist der anders drauf? Ich weiß es ja nicht. Der wird hundertprozentig Puls haben. Also der wird deutlich mehr sein als das, was er sonst hat. Aber ganz ehrlich, der hat jetzt sechsmal, ne, fünfmal, fünfmal oder sechsmal auf der Corn Fairy Tour gewonnen. Der hat jetzt einmal auf der USPGA Tour gewonnen. Der ist seit Jahren dabei. Und das ist jetzt nicht so einer, den Vergleich, den ich machen würde. Es gibt ja Spieler auf der Pro-Golf-Tour, die sind vielleicht so 20, 21 Jahre alt. Die spielen dann mal mit, so die Qualifikationsrunde für die Open Championship, kommen dann da durch und teenen auf einmal in St. Andrews oder wo auch immer auf. Das ist natürlich massiv. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und klar, Augusta ist was anderes als dein Standard-PGA-Turnier. Schon klar, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber der Sädel, der ist jetzt einfach schon zu lange dabei und hat auch zu viel erreicht, als dass ihn das noch so, sag ich mal, beeinträchtigen wird, wie so ein Drittligaspieler, der sich jetzt dann einfach mal mit seinen jungen 20 Jahren irgendwie für ein Major qualifiziert hat. Also ich glaube, das wird er mal kurz für ein, zwei Loch haben, so Gott, wo bin ich überhaupt und boah, jetzt irgendwie keine Ahnung und bloß kein Divid jetzt reinschlagen in diesen wunderschön gepflegten Teppich, Fairway. Aber das wird er noch relativ schnell verfliegen und er wird wieder da reinkommen, wo er sein möchte. Das ist in Lockdown-Modus und hier geht es um mein Turnier. Wir drücken Stefan Jäger und allen anderen natürlich die Däumchen. Und ich freue mich auch wieder drauf. Also ich gucke das gerne im Fernsehen. Manchmal finde ich es ein bisschen zu bunt, also zu sehr kräftig, was die Farben machen. Manchmal ist es einfach zu viel Show, finde ich. Zu viel bunte Blumen, zu viel perfektes Grün, zu viel, ja, aber das gehört dazu, das ist es halt. Das sollte auch nicht anders sein, das ist das Turnier und so wollen wir es auch einfach jedes Jahr im Fernsehen gucken. Ihr bei Sky habt richtig die Programme, also in der Hör zu liest man auf Sky Sport nichts anderes als The Masters diese Woche. Ja, ist auch wichtig für uns. Also da machen wir auch wieder mit Doppelkommentar, das ist ja auch eine Sache, die wir versuchen etwas anders zu machen, bei besonderen Turnieren mit zwei Kommentatoren zu arbeiten, weil wir einfach gemerkt haben, das ist einfach dieser riesengroße Mehrwert, den wir einfach bieten können. Ja, freuen wir uns drauf. Und nächste Woche sprechen wir hier in T-Time dann über das, was passiert ist bei Masters 2024. Und wenn es gut läuft, haben wir auch einen Gast, der die Wiese gerade gespielt hat und die uns dann erzählen kann, wie sich Augusta 2024 so angefühlt hat. Bernd, wenn du diese Folge hörst, wir haben dich lieb. Wir vermissen dich ein bisschen. Ja. Und jetzt pusten wir die Kerzen aus, sagen nochmal Dankeschön und freuen uns auf nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time. T-Time ist eine Produktion von PodEva. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.